Wenn das Telefon klingelt oder Sie anderweitig unterbrochen werden, können Sie das Fernsehprogramm jederzeit mit der Pausentaste anhalten und verpassen dann nichts. Mit der Timeshift-Funktion Ihres Media Receivers können Sie die Fernsehprogramme an der Stelle fortsetzen, wo Sie sie pausiert haben. Dies können Sie jederzeit wiederholen. Ihnen wird im unteren Bereich dann angezeigt, wie viel Aufnahme von dem Programm noch zur Verfügung steht. Ihr Media Receiver verfügt über 500 GB Speicherplatz, sodass Sie durchaus einige Minuten oder Stunden die Timeshift-Funktion nutzen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017